Er gehört zu den berühmtesten Rednern, die das Römische Reich jemals hatte und für nicht wenige ist er der bedeutendste von ihnen. Die Rede ist von Marcus Tullius Kikero, der im Deutschen gerne auch Cicero genannt wird. In diesem Video soll es um sein Leben gehen, es soll also um eine Biografie von Marcus Tullius Kikero gehen und weil man relativ viel zu ihm sagen kann und alles in einem Video zu einer doch stattlichen Länge führen würde, möchte ich die Biografie in zwei Videos einteilen, also das hier der erste Teil, der bis zum Ende des Konsulats von Kikero im Jahre 63 v. Chr. geht und dann ein zweiter Teil, der sich mit dem Rest seines Lebens befasst und das sage ich an dieser Stelle auch schon mal, unten in der Beschreibung ist der Link zu diesem zweiten Teil. Bevor wir jetzt in die Biografie einsteigen, gibt es noch zwei Dinge, die ich loswerden möchte. Das erste ist die Sache mit der Aussprache des Namens, ich sage immer Kikero und diese Aussprache ist eigentlich auch diejenige, die von den Altphilologen und Althistorikern als richtig befunden wird, denn die Aussprache des Cs im klassischen Latein war wohl wie ein K im Deutschen und wir finden beispielsweise bei Plutarch, einem griechischen Autor, der eine Biografie zu Kikero verfasst hat, die Schreibweise mit dem griechischen Buchstaben Kappa und das manifestiert auch noch einmal die Aussprache als Kikero. Trotzdem findet man in den Schulen oder auch sonst wo, wenn von diesem Mann die Rede ist, sehr häufig die Aussprache Cicero, das hat sich sozusagen eingebürgert, ich werde aber in diesem Video versuchen, es mit Kikero durchzuziehen, genauso wie man ja auch nicht Cäsar sagen sollte, sondern Kaisar. Da hört man eigentlich auch ganz gut, woher unser deutscher Titel Kaiser herkommt. Das zweite ist ein kleiner Literaturhinweis für diejenigen, die mal noch was nachlesen möchten oder irgendwie noch ein bisschen mehr erfahren möchten zu Markus Julius Kikero. Es gibt natürlich einige Biografien, die sich ausschließlich mit ihm befassen. Ich verweise hier auf ein Werk, das Kikero unter anderem abhandelt, und zwar ist das das Buch von Wilfried Stroh, Die Macht der Rede, eine kleine Geschichte der Rhetorik im alten Griechenland und Rom. Dieses Buch eignet sich deshalb ganz gut, weil es zum einen für eine breite Öffentlichkeit geschrieben ist und damit sich auch an diejenigen richtet, die gar kein Latein können oder auch kein Griechisch können. Und es ist in einer Sprache geschrieben, die doch sehr gut verständlich ist. Es muss ja nicht immer etwas sein, was sehr komplex geschrieben ist, insofern eignet sich dieses Buch ganz gut. Aber es eignet sich eben auch für diejenigen von euch, die Latein oder Geschichte studieren, denn in dem Werk von Wilfried Stroh findet man gute Verweise und das Werk ist trotz der Einfachheit der Sprache, wenngleich so einfach ist die Sprache natürlich nicht, trotz dieses guten Ausdrucks so geschrieben, dass man den wissenschaftlichen Anspruch dahinter noch erkennen kann. So, soviel dazu. Die Seitenzahlen beziehe ich hier auf die erste Auflage, die mir vorliegt. Mittlerweile müsste es wohl mehrere Auflagen geben. Insofern kann auch sein, dass sich die Seitenzahlen etwas verschoben haben. Das vorneweg, jetzt aber steigen wir ein. Wir steigen natürlich mit der Geburt ein, am 3. Januar 106 v. Chr. in Arpinum. Arpinum, das ist eine Stadt, die südöstlich von Rom liegt, und zwar rund 100 Kilometer. Als Kikero berühmt geworden ist, war er allerdings nicht der Erste, der aus dieser kleineren Stadt berühmt geworden ist. Vor ihm war es nämlich Gaius Marius, der ja auch eine wichtige Rolle in der Zeit um Sulla gespielt hat. Sechsmal war er Konsul gewesen, und Gaius Marius und Marcus Tullius Kikero waren sogar verwandt, und zwar war eine gewisse Gratidia die Großmutter von beiden. Schauen wir doch gerade, wo wir bei der Verwandtschaft sind, auch mal auf die Eltern. Der Vater von Marcus Tullius Kikero hieß genauso, nämlich Marcus Tullius Kikero. Dieser Marcus Tullius Kikero, also der Vater, entstammte dem Ritterstand. Die Familie an sich gehörte nicht zu den Superreichen im Römischen Reich, aber ihnen ging es auch nicht so schlecht. Im Ritterstand konnte man ja nur sein, wenn man ein gewisses Budget hatte und ein gewisses Vermögen. Dieser Vater von Kikero hatte Kontakte nach Rom, was später auch zu diesem Umzug führte, den wir hier sehen, und natürlich auch gute Kontakte, was dann eine politische Laufbahn betrifft. Aber der Vater selbst war teilweise invalid, und deswegen konnte er zum Beispiel gar nicht im Militär dienen. Die Mutter hieß Helvia und hatte eine typische Aufgabe für eine Frau aus reichem Umfeld, nämlich sie war Hausfrau, wie wir von den Schriftstücken des Bruders wissen, und der Bruder von Marcus Tullius Kikero hieß Quintus Tullius Kikero. Die Familie selbst war, wie gesagt, ganz ordentlich begütert, nicht zu reich, also nicht zu den Superreichen zählend, und hatte politisch noch keine großen Ämter bekleidet, es gab noch keine Konsulen in der Familie und auch keine sonstigen senatorischen Vorfahren. Das ist in dem Fall wichtig, denn es war schwer für jemanden, der nicht aus der Oberschicht entstammte, der also nicht schon mal irgendwie einen Verwandten hatte, der im Senat saß oder sitzt oder Konsul war, für die war es besonders schwer, später einmal das Amt des Konsuls zu erlangen. 102 vor Christus gibt es dann also diesen Umzug nach Rom, Dort wird dann Marcus Tullius Kikero erzogen und ausgebildet, und wie das so damals für die Zeit war, umfasste das nicht nur die lateinische Literatur, sondern eben auch die griechische Literatur, denn die Griechen galten in vielen Dingen als das nachzuahmende und zu übertreffende Vorbild. So wird er also ausgebildet, zum Beispiel von einem gewissen Archias, einem Poeten, in der Grammatik und es werden auch die Reden von Demosthenes gelesen. Demosthenes ist ja der große griechische Redner, an dem man sich geschult hat und orientiert hat. Anschließend an dieser ersten Ausbildung werden die Studien dann in Rom fortgesetzt und zum Beispiel ist er dann Schüler des großen Quintus Muccius Scevola oder Scevola. Dieser Scevola war Jurist und lehrte das Recht. Damit erhielt Kikero auch eine fundierte Ausbildung im Recht. Und ja, diese Ausbildung eben bei Scevola erarbeitete sich Kikero dadurch, dass er eben zu den fleißigen Studierenden zählte und damit im Grunde auch sich ja diesen Platz bei Scevola erarbeitet hatte. Ab 88 vor Christus wurde er dann in der Philosophie von Philo von Larissa ausgebildet. Dieser Philo von Larissa ist deswegen eine wichtige Person, weil er der letzte Anführer bzw. das letzte Oberhaupt der platonischen Akademie war. Er ist also aus Griechenland nach Rom gekommen und lehrte dort Kikero noch einige Zeit. Und zumindest mit diesen Philosophen kam Kikero auch ganz gut klar. Zum Beispiel kam er mit einem Epikorea, nämlich dem Epikorea Phaedros, nicht so gut klar. Und wenn man Kikeros Schriften kennt, dann weiß man, dass er vom Epikoreismus nicht viel gehalten hat. Zu dieser Zeit, seiner Studienzeit, machte er auch einen Kontakt mit und Bekanntschaft mit Titus Pomponius, der dann den Namen Atticus erhalten hat. Und wir haben ja einige Briefe enthalten, nämlich die Epistule Atticum, also die Briefe an Atticus. Und hier wird also diese Freundschaft geschlossen und diese Freundschaft sollte das Leben lang anhalten. Nach den Studien in Rom, und das war auch üblich in dieser Zeit, war es eben so, dass man einen Wehrdienst, einen Militärdienst ableisten musste. Und in diesem Fall traf es bei Kikero die Jahre 90 bis 88 vor Christus. Und zu dieser Zeit herrschte der Bundesgenossenkrieg vor. Und so diente nun Kikero unter Gnaeus Pompeius Strabo und Lucius Cornelius Sulla, dem späteren Diktator. Nach dem Militärdienst beginnt dann irgendwann die Karriere von Kikero. So genau wissen wir das nicht, wann wir das verorten sollen. Man kann mal von 83 vor Christus ausgehen. Da in etwa beginnt also jetzt Kikero seine Tätigkeit als Anwalt. Und die erste erhaltene Rede ist die Rede aus dem Jahre 81 vor Christus pro Quinctio. Was ihn aber berühmt machen sollte, oder zumindest für Aufsehen erregen sollte, schon in der damaligen Zeit. Und als Zeitgenossen war die Rede pro Sexto Roschio. Dieser Fall war nämlich nicht ganz so einfach, denn viele politische Interessen standen dahinter. Sextus Roskius wurde angeklagt, seinen Vater ermordet zu haben. Aber Kikero konnte nachweisen, dass Sextus Roskius gar nicht der Mörder gewesen ist, sondern eben einer von Sullas Gefährten. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, dass Sulla zu dieser Zeit noch Diktator war. Und jemanden Schuld nachzuweisen, der aber zum Kreis von Sulla zu Sulla gehörte, war natürlich gefährlich, weil man dann um die eigene Gesundheit und das eigene Wohl auch sich fürchten musste. Man ging ja hier, man griff zwar den Weggefährten Sullas an, aber in gewisser Weise wurde das aber auch als Angriff auf Sulla selbst verstanden. Und deswegen war das eine gefährliche Situation. Trotzdem zieht Kikero das durch. Sextus Roskius wird freigesprochen. Das führt natürlich zu Ansehen und Ruhm bei Kikero, aber er musste jetzt mehr oder weniger Rom verlassen. Er sagt, er habe Rom aus gesundheitlichen Gründen verlassen, aber man kann auch davon ausgehen, dass eben eine gewisse Angst vor Sulla und Angst vor der Bestrafung eben das Übrige getan haben. An dieser Stelle nur kurz ein Haken wegen der Werke. Pro Sextus Roskius beispielsweise. Es ist geplant, irgendwann einmal auch mal Videos zu diesen Werken zu machen, um sie etwas mehr vorzustellen, wie sie aufgebaut sind und was der Hintergrund ist. Dann wird zu dieser Zeit auch, also wenn diese Videos irgendwann mal gemacht sein werden, sollte ich sie machen, dann findet ihr unten in der Beschreibung die entsprechenden Verlinkungen dazu, falls euch die Werke interessieren. Es wird dann aber nicht zu jedem einzelnen Werk was geben, sondern nur zu diesen wichtigen. Das kurz eingeworfen. Jetzt also geht es weiter mit dem Lebenslauf. Kikero geht jetzt also aus Rom weg und er geht nach Athen und Kleinasien und ist dort unter anderem bei Molon ein Schüler. Und Molon ist zu dieser Zeit auch noch ein bekannter Philosoph. Und dieser Molon sollte jetzt eine gewisse Sache über Kikero sagen, die sehr zutreffend werden sollte für die Zukunft. Und hier zitiere ich dann mal aus diesem am Anfang genannten Buch von Wilfried Stroh auf Seite 290. Und zwar in der Übersetzung von Stroh jetzt heißt es, das was Molon über Kikero sagt, Dich, Kikero, lobe und bewundere ich, aber ich beweine das Schicksal von Hellas, indem ich sehe, dass das, was uns von allem Schönen einzig geblieben ist, durch Dich nun auch noch den Römern zufällt, Bildung und Rede. Also hier wird das Talent von Kikero erkannt und Kikero war hier ja noch am Anfang seiner Karriere. 77 vor Christus, nachdem er also jetzt seine Studien in Athen fortgesetzt und zu einem Ende gebracht hat, kehrt er nach Rom zurück und dort heiratete er wahrscheinlich 76 vor Christus Terentia und Terentia war ganz nützlich für Kikero, denn sie hatte einiges an Geld und so konnte sie Kikero finanziell unterstützen, der ja dann in die politische Laufbahn einschlagen wollte und sollte und wir sehen das hier an diesem Schaubild, da gab es ja erst einmal eine ganze Reihe an Ämtern, die man erlangen musste, bevor man das Konsulat erreicht hatte. Und dieser Kursus Honorum sah im Regelfall erst einmal so aus, dass man zunächst Questor wurde, dann Kurulicher Edil, dann Präter und dann Konsul. Also um das Konsulat begleiten zu können, musste man erst einmal drei wichtige Ämter vorher erlangt haben. Und somit war das erste Ziel von Kikero natürlich die Questur und dieses Amt sollte er 75 vor Christus innehaben und zwar war er Questor auf Sizilien und dort machte er eigentlich eine ganz gute Arbeit. Er blieb den Sizilianern positiv in Erinnerung und das war so positiv die Erinnerung, dass er also 70 vor Christus einen bedeutenden Prozess geführt hatte, nämlich einen Prozess gegenüber einem gewissen Gaius Verres. Dieser Verres soll die Sizilianer ausgebeutet haben, als er Stadthalter gewesen war in den Jahren 73 bis 71 vor Christus. Und dieser Verres ist jetzt angeklagt und Kikero übernimmt jetzt die Verteidigung. Dazu bereitet sich Kikero auch sehr akribisch vor, geht wieder auf Sizilien, schaut sich die Sachlage monatelang an, um genügend Beweise zu haben und dann schafft er es, gegen Verres zu siegen und man siegt ja in der Zeit sowieso nicht nur gegen den Angeklagten, sondern man siegt ja auch gegen den Anwalt der anderen Partei. Und der Anwalt der anderen Partei war niemand geringeres als Hortensius Horthallus, der damals als der bedeutendste und wichtigste Redner in Rom gegolten hat. Nun hat Kikero also diesen wichtigen Sieg eingefahren und damit ist Kikero auch gleichzeitig der Anwalt und der Redner Nummer 1 in Rom gewesen. Nachdem man Questor war, stand als nächstes das Amt des Kurulischen Edils auf dem Programm und dieses Amt hatte Kikero 69 vor Christus inne und eine wichtige Aufgabe des Kurulischen Edils war es, die öffentlichen Spiele auszuführen, also zu organisieren und dann auszuführen. Das hatte Kikero gemacht. Dann folgt das nächste Amt 66 vor Christus und zwar war Präthor für Repetundenprozesse und zwar betrifft das also Erpressungen. Dass da dann mehrere Jahre zwischen dem Kurulischen Edil und dem Präthor liegen, also zwischen dem Amt des Kurulischen Edils und dem Amt des Präthors liegen, liegt daran, dass es eben eine Vorschrift gab, dass man nachdem man ein Amt inne gehabt hatte, zwei Jahre eine nicht-politische Phase haben sollte, also zwei Jahre kein politisches Amt bekleiden durfte und deswegen konnte Kikero frühestens 66 vor Christus überhaupt Präthor werden. Nun, Kikero war also jetzt Präthor für diese Prozesse und dabei unterstützte er einen gewissen Gnaeus Pompeius und dieser Gnaeus Pompeius sollte für Kikero eben wichtig sein, denn das waren taktische Gründe, dass Kikero diesen Pompeius unterstützt hatte, denn Kikero wollte ja jetzt Konsul werden, aber da er ja aus keiner Familie entstammte, die schon mal einen Konsul hatte, war es ja schwer, selbst Konsul zu werden und deswegen war es wichtig, die richtigen Personen auch ein bisschen zu beschmeicheln und insofern war das also auch taktisch so bewusst gemacht, diese Annäherung an Pompeius und 63 vor Christus schafft es Kikero tatsächlich Konsul zu werden. Die Wahl war 64 vor Christus, dort setzt er sich durch, unter anderem gegen Katilina, der ja dann diese Verschwörung durchführen sollte und 64 vor Christus gibt es auch ein Büchlein seines Bruders, nämlich die Commentariolum oder das Commentariolum Petitionis, in dem quasi geschrieben wird, wie so ein Wahlkampf zu führen sein sollte, also ein Ratgeber für den Bruder. Kikero schafft es mit einem Ergebnis, was besser nicht hätte sein können, denn alle Zenturiatskomitien wählen ihn und damit ist er seit 94 vor Christus der erste Homo Novus, der also jetzt Konsul geworden ist, Homo Novus, deswegen, so bezeichnete man die Personen, in deren Familie es noch keinen gegeben hat, der dieses Amt bekleidet hatte oder im Senat gesessen hat. 63 vor Christus also jetzt das Konsulat des Kikeros und in dieses Jahr fällt die Verschwörung des Katilina, die Conjuratio Katilinae oder Katilinae. Katilina scheiterte 64 vor Christus am Konsulat, er scheiterte im Jahr darauf auch, also im Jahr 63 vor Christus bei der Wahl zum Konsul und so suchte Katilina jetzt die Macht auf andere Weise an sich reißen zu können und er fand in Manilius jemanden, der auch auf seine Seite zu ziehen war und mit dem er einen Putschversuch starten wollte. Manilius hatte nämlich einige Truppen in Etrurien, die jetzt zusammen mit Katilina eben in Rom Chaos stiften sollten. Es bleibt erst einmal beim Sollten, denn die Ausführung dieses Putsches fand in dieser Art nie statt, denn Kikero hatte ein gutes System an Informanten und wurde informiert, was bevor stünde. Und so kommt es dann am 8. November 63 vor Christus zur Anklage Kikeros gegen Katilina. Was allerdings für Kikero in diesem Moment schwierig war, war, dass Kikero davon ausgegangen ist, dass Katilina außerhalb von Rom sein würde und gar nicht im Senat erscheinen würde. Nun erschien Katilina tatsächlich im Senat und Kikero redete also im Grunde aus der Defensive heraus. Und trotzdem schaffte er es in dieser berühmten Rede und diejenigen, die Latein in der Schule hatten, kennen wahrscheinlich den Anfang dieser Rede mit dem Quo us quid tandem, wie lange noch Katilina. Und diese Rede also hat er dort gehalten und mit dieser Rede konnte er Katilina als Verschwörer entlarven. Katilina verlässt also Rom und in der Folgezeit fand man jetzt noch einige Katilinarier, die man festgenommen hatte. Und die Frage war, was macht man jetzt mit diesen Katilinariern? Und da gibt es auch eine berühmte Senatssitzung, nämlich jene vom 5. Dezember 63 vor Christus, die kontrovers diskutiert worden ist. Kikero als Konsul hatte ja die Möglichkeit, den Senat zu befragen, was zu tun ist und das sollte sein Vorgehen absichern. Kikero war dafür, die festgenommenen Katilinarier zu töten, also hinrichten zu lassen, denn es bestand ja eine Gefahr für das Allgemeinwesen, für das Staatswesen und die von diesen Katilinariern ausgegangen ist und deswegen sei es doch besser, diese hinrichten zu lassen, um die Gefahr zu bannen. Dagegen gab es die Ansicht von Kaiser, dass das nichts bringen würde, denn das könnte auch zu Aufruhr führen und eben später, und das ist der wichtige Punkt, später einmal auf Kikero und den Senat zurückfallen, als eine Handlung, die man nicht hätte tun dürfen. In gewisser Weise sollte das ja dann auch später mal zutreffen, zumindest auf Kikero hin. Und letzten Endes sollte die Rede von Marcus Porcius Cato den Ausschlag geben, dass der Senat tatsächlich den Staatsnotstand ausgerufen hat und damit Kikero die Möglichkeit gegeben hat, die festgenommenen Katilinarier hinrichten zu lassen. So passiert es, Kikero wird an diesem Tag noch gefeiert, Pata Patria genannt und im Grunde war Kikero hier am Höhepunkt seiner politischen Macht. Und genau hier setzen wir jetzt den Cut an, den zweiten Teil findet ihr unten in der Beschreibung oder wenn ihr jetzt auf dieses grau hinterlegte Feld klickt, dann werdet ihr auch auf das Video weitergeleitet.